Herzlich Willkommen bei Kamenanda Ganzheitlich Gesund. Die einfachste und günstigste Therapie für deinen Darm ist das Kauen. Das machen wir folgendes in den nächsten Wochen. Beginne heute damit, jeden Bissen, den du isst, 100 Mal zu kauen. Wenn die Nahrung dann so verflüssigt ist, dass quasi nichts mehr im Mund ist, dann kannst du auch nach 50 Mal Kauen aufhören. Aber nimm dir vor, jeden Bissen, 100 Mal zu kauen. Und dann schau, was passiert in den nächsten drei Wochen. Du wirst erstaunt sein. Es ist ein Balsam für deinen Darm und für deinen gesamten Körper. Mach noch folgendes. Trink auch noch genügend Flüssigkeit über den Tag. Und dann schau mal, was passiert. Man nennt dieses intensive Kauen, dieses langsame, bewusste Essen auch Schmauen. Schmauen. Da kannst du auch mal nachgucken im Internet. Also, das war ein ganz kleiner Tipp von mir heute. Und ich wünsche euch allen alles Liebe und Gute und ganz viel Gesundheit. Danke.